Information zur Züge der INE 6 Richtung S-Raufbau. Aufgrund einer Streckensperrung verkehren die Züge der INE 6 ab Düsseldorf Unterrad bis auf weiteres ohne Halt bis S-Raufbau. Zwischen Düsseldorf Unterrad und Ratingen-Ost besteht Schienenersatzverkehr. Ab Ratingen-Ost verkehrt die S-6 nach S-Raufbau. Nach Düsseldorf-Rat-Mitte und Düsseldorf-Rat nutzen Sie bitte ab mit Düsseldorf-Lärmdorf die Straßenbahnlinie 701.